Willkommen auf dem Kanal, die richtige Wahl. In diesem Video werde ich über den Weber Q1400 Elektrogrill sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich mit. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Mach Deinen Balkon zur Freiluftküche, ob auf der Dachterrasse, dem Balkon oder vor dem Wohnwagen. Der Weber Elektrogrill Q1400 ist ein wahres Raumwunder. Er ist kompakt, lässt sich gut verstauen und ist dabei sehr stabil. Er verfügt über eine große Grillfläche von 43 cm x 32 cm sowie zwei ausklappbare Arbeitsflächen an den Seiten zum Abstellen Deines Grillguts. Einfaches Handling in bewährter Weber Grillqualität. Der Weber Elektrogrill Q1400 bietet den kompletten Grillgenuss auf eine besonders einfache und schonende Art. Dank des leistungsstarken Heizelements mit 2200 kW Nennleistung und stufenlos verstellbarem Temperaturregler ist der Weber Q1400 schnell auf Temperatur und hält diese konstant. Der gusseiserne Grillrost und der ADO-Deckel sorgen dabei für eine gute Wärmeleitfähigkeit und Hitzespeicherung für optimales Garen und das perfekte Branding Deines Grillguts. So werden alle Fleisch- und Gemüsesorten knusprig und saftig zugleich gegrillt. Darüber hinaus verfügt er über eine abnehmbare Fettauffangschale, einen Glasfaser- verstärkten Nylonrahmen und ein 1,8 Meter langes Kabel für einen großen Mobilitätsradius. Zusätzliches Highlight? Durch die hohe Wattleistung ist die Heizspirale des Weber Elektrogrills Q1400 selbstreinigend Pyrolyse. Fazit? Die kompakten Maße und sein funktionales Design, sein einfaches Handling, die hohe Materialqualität und seine hervorragende Performance machen ihn zu einem stets zuverlässigen, stabilen und langlebigen Begleiter. Kompakte Größe, ideal für Balkon und Terrasse. Der Weber Elektrogrill Q1400 ist extrem platzsparend. Schneller Grillgenuss ohne langes Vorheizen. Mit seinen großen, selbstreinigenden Heizelementen erzeugt der Weber Q1400 Elektrogrill eine Gesamtleistung von 2,2 Kilowatt. Optimale Hitzeverteilung und ein stets gleichmäßiges Grillergebnis. Der zweigeteilte massive Alugussgrillrost und der hitzespeichernde Aludeckel sorgen für die idealen Temperaturen für deinen Grillgut. Selbstreinigend, kein Fett und Kohlequalm und kaum Geruch. Für ein gesundes und nachbarschaftsfreundliches Grillvergnügen. Weber Q1400 – Farbe und Zubehör Der Weber Q1400 ist in der Farbnuance Dark Grey erhältlich und kann mit dem passenden Untergestell für die Grills der Q-Serie standfest in bequemer Arbeitshöhe aufgestellt werden. Deinen Grillspaß kannst du mit Zubehör zum Q1400 nochmal erweitern. Eine Abdeckhaube, Ersatztropfschalen und Produkte zur Reinigung lassen dich länger Freude an deinem Elektrogrill haben. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Die Rauchentwicklung ist sehr hoch. Heizspirale fällt schnell aus. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Schönes Design, sehr praktisch, leistungsstark, perfekte Größe für bis zu vier Personen. Das Grillrost ist sehr gut in der Wärmeverteilung. Das Grillrost ist einfach zu reinigen. Der Deckel hilft sehr bei der Vermeidung von Fettspritzern. Der Deckel ist ein guter Wärmereflektor. Das war mein Testbericht zum Weber Q1400 Elektrogrill. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald! Bis bald!